Hallo, ich wollte nur noch ganz schnell ein paar Worte zu dem Kurs My Magic Online Live sagen, den ich gestern downgeloadet habe als Antwort auf die Frage, was kann ich tun, wie kann ich zum Service sein, wie kann ich meinen Service anbieten, was ist jetzt gefragt von mir. Ich lebe nur noch aus höheren Inspirationen. Ich setze die Dinge einfach sofort um. Ich habe meinen Auftrag angenommen, hier einen Beitrag zu leisten für ein schönes, leichtes, positives Leben. Ich habe meinen Auftrag angenommen, mich nicht mehr aus der Angst und aus dem Mangel heraus treiben zu lassen und diese Vorbildfunktion, die möchte ich jetzt einfach einnehmen, weil ich habe alles andere versucht, es hat nicht geklappt, es hat nicht stimmig sich für mich angefühlt. Ich war immer jemand, der sich versucht hat zu verstecken und das sah nicht so aus für die anderen von außen, aber mein Innerstes hat sich immer versteckt. Mein Innerstes hat sich nie zeigen wollen, bis ich Schritt für Schritt dahin gezwungen worden bin. Erstmal durch meine Krankheit natürlich und so haben wir alle unsere Katalysatoren. Wir haben immer irgendwelche Kräfte, die uns dazu zwingen, den nächsten Schritt zu tun, unsere Angst zu überwinden und wir haben jetzt hier eine kollektive Kraft, die uns dazu zwingt, jetzt die nächsten Schritte in die Zukunft zu gehen, ein Online-Leben für uns zu akzeptieren, die Online-Welt für uns genauso zu akzeptieren, wie die innere Welt. Beide Welten sind real, beide Welten sind unsere Welten und diese innere Welt, diese wahre, schöne innere Welt, die in jedem Menschen drin ist, jetzt online zu zeigen und zu präsentieren, wirklich diesen Drang, diesen Drang Raum zu schaffen, den man immer schon in sich hat, denn ich will schöpfen, ich will kreieren, ich will was Tolles machen, ich will einen Beitrag leisten, aber ich traue mich nicht. Jetzt ist der Moment, jetzt ist der Moment gekommen, an dem du vor dieser Entscheidung stehst, gehe ich mit, werde ich von dieser Zukunft angezogen, gehe ich mit, leicht, leicht, leicht oder brauche ich noch ein paar Arschtritte? Und wenn du sagst, okay, okay, ich habe es verstanden, aber ich weiß nicht wie, dann ist genau My Magic Online Life dieser Starterkurs, der dich genau dahin bringt, wo du sein solltest, wenn du jetzt deine Schönheit nach außen bringst, wenn du all das, womit du versehen worden bist, bevor du hierher gekommen bist, zu zeigen und einen Beitrag zu leisten. Wie machst du das? Wie gehst du mit den Online Tools um? Wie kommst du mit dir klar? Wie kriegst du den Mindset? Wie kriegst du das Standing, dass es absolut okay ist, dich zu zeigen, deine Nachricht zu sprechen? Wie kommst du mit diesen technischen Tools klar? Was gibt es für Tools? Wie einfach sind sie zu bedienen? Was brauche ich und was brauche ich nicht? Ja, dass du einfach Klarheit kriegst. Was brauche ich, damit ich in dieser Online-Welt existieren kann? Und ich zeige dir, wie du mit den Dingen, die du wirklich brauchst, klarkommst, keine Angst mehr dafür hast, absolut felsensicher wirst und weißt, wenn ein Impuls kommt, wenn eine Message kommt, die von dir nach außen getragen werden soll, wie du es machen sollst. Ja, und da gebe dir diese vier Wochen mit dem Starterkurs My Magic Online Life. Ja, das ist deine Magie, die jetzt über den Online-Kanal nach außen darf. Es ist deine Kreation, deine Schöpferkraft, deine Schönheit, all das, womit du ausgestattet bist in aller Perfektion, darf jetzt nach außen kommen. Und wie zeige ich auch dir in diesem Kurs My Magic Online Starterkurs. Dienstag nächste Woche fangen wir an. Bis am Sonntag gibt es noch einen Spezialpreis. Ab Montag ist es teurer. Es wird alles aufgezeichnet. Es bleibt alles bei dir. Du kriegst Live-Coachings. Du bist absolut mit deinen Fragen kommst du, kriegst deine Antworten und du machst deine innere Entwicklung zu deiner eigenen inneren Schönheit, deiner eigenen Magie durch unterwegs. Du wirst begleitet durch meinen My Magic Online Kurs. Dieses Intensivtraining kostet im Moment 349 Euro alleine. Ist dabei, wenn du jetzt sagst, ja, ich gehe online, ich gehe raus, ich zeige mich, ich mache online, ich mache online. Mein ganzes Leben darf online sein. Ich werde schauen, wie ich mein Business auf online kriege. Ich werde schauen, wie ich privat auf online präsent bin. Ich werde schauen und zeigen, dass mein Licht wichtig ist, dass mein Licht in die Welt raus muss, dass mein Licht ein Beitrag ist und ich bin bereit. Ich nehme an, ich nehme diese Aufgabe an, ich nehme diese Verantwortung an, dass meine Schönheit die Welt verschönert und ich gehe jetzt für mich. Ich freue mich auf dich. Entweder meldest du dich gleich an über diesen Link oder du schreibst mir noch, wenn du Fragen hast, private Nachricht, E-Mail, wenn du irgendwas noch unklar ist. Sei dabei. Es ist deine Chance. Wir haben jetzt vier Wochen Zeit und dein Leben kann sich von Grund auf verändern, wenn du dich jetzt traust. Ich freue mich auf jede, jede so mutige Frau, die endlich erkennt, dass ihre Schönheit, ihre Grandiosität hier raus muss. Männer sind auch willkommen, aber wir werden natürlich schon mehr das Weibliche, das Empfangende, die Leichtigkeit, die Schönheit zelebrieren, was auch euch, lieben Männer, nicht schaden wird. Ich freue mich. Adios, bye bye. Ich hoffe, ich sehe euch alle. Ciao. Ciao.